Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und ganz herzlich willkommen. Die Kondensation kennt ihr schon seit der Grundschule. Wasserdampf kondensiert auf einer kalten Scheibe und scheidet sich als Tröpfchen ab. Unter einer Kondensationsreaktion versteht man in der Chemie eine Reaktion, bei der sich Wasser als Reaktionsprodukt abscheidet. Dieses Video heißt Kondensationsreaktionen. Einen Äther stellt man aus einem Alkohol her. Die Ethyläther, kurz Äther, ist narkotisierend, niedrig siedend und ein wichtiges Lösungsmittel in der organischen Chemie. Man synthetisiert die Verbindung durch die Reaktion zweier Moleküle Ethanol miteinander. Von einem Ethanolmolekül wird ein Wasserstoffatom abgespalten. Von dem anderen Ethanolmolekül eine Hydroxylgruppe. Beide zusammen bilden ein Wassermann. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.